Jesus ist Steinbock Der Stern von Bethlehem wies den Weg zu Jesus' Gebot, dies gilt als Beleg. Die Sterne führten das Regiment, sie hatten das Sagen im Management. Der eine musste den Weg zu ihm weisen, die anderen gingen sofort auf Reisen, um richtig zu stehen am Firmament, damit er Steinbock sein Sternzeichen nennt. Gott tat dies mit Absicht, mit seinen Grundfesten, für ihn sind Steinböcke einfach die Besten. Die Uhrzeit hat Gott mit Bedacht auserkoren, doch keiner kennt sie, sie ging uns verloren. Sie ist aber wichtig, sehr wichtig sogar, denn wenn man sie kennt, ist es sonnenglar, welch Aszendent das Leben bestimmt. Wer ihn nicht kennt, lebt unbestimmt. Da man die Uhrzeit niemals erfährt, ist er bei Jesus ungeklärt. Und weil den Aszendent keiner kennt, bleibt sein Horoskop ein Fragment. Die Suche erfordert ganz neue Wege, es gilt zu suchen andere Belege. Man muss sich von der Uhrzeit los sagen und logisch alle Sternzeichen fragen. Man wird sehr schnell das Richtige finden, der Weg dorthin geht übers Entbinden. Die Mutter ist der Schlüssel allein, der Aszendent. Er kann nur Jungfrau sein. Das ist der Schlüssel allein, der Aszendent. 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 Das ist der Schlüsselлюсski. Das ist der Schlüssel allein, der Aszendent. Das ist der Schlüssel allein, der Schlüssel allein, der Schlüssel musi contacted. Vielen Dank.